Oh, hey! Gut, du bist zurück. Oh, keine Sorge, ich habe ein sicheres Versteck für die Gelehrten gefunden. Ich werde sie mal wieder einsammeln. Warte im Lager auf uns! Hey, du. Gehörst du zur fünften Flotte? Dann ist schon wieder eine ältesten Wanderung im Gange. Die Jahre vergehen schneller, als ich sie zählen kann. Ich bin auch ein Jäger von der ersten Flotte. Dürfte ich dich bitten, mir deine Geschichte zu erzählen? Suchen wir einen passenden Ort. Also, meinen alten Freunden geht's gut. Ein Glück. Scheint, die guten Gelehrten sind unverbesserlich wie eh und je. Wenn ich fragen darf, verfolgst du das Monster, das diese Spuren hinterlassen hat? Ich ebenso. Es scheint so einfach. Der Spur folgen, die Wahrheit herausfinden. Nun, es war mir eine Freude. Mein Lager ist ganz in der Nähe. Es wird dir und den anderen sicherlich eine Hilfe sein. Bitte richte dem Kommandanten aus, dass ich in Sicherheit bin. Aber eine Macht drängt mich voran, und ich will sehen, wohin sie mich führt. Falls du auch diesen Drang verspürst, werden sich unsere Wege wieder kreuzen, wenn das alles hier endet. Wer war das denn, bitte?